Willst du wirklich Ende Jahr von der Bildforschung finden? Wäre brutal schade, ich finde du bist eine große Bereicherung. Ja, ich gehe trotzdem. Und ob ich in einem Jahr noch da bin? Ne, ich glaube nicht Leute. Egal wie schön das ist, egal wie geil das für euch ist, ich habe mir meine Zukunft schon so ausgemalt, dass ich das nicht mehr mache hier in der Öffentlichkeit. Und die Leute denken, das ist ein Marketing-Move, das ist aber kein Marketing-Move. Nach dem Fabrikbau bin ich weg. Und ich will nicht mehr. Ja, klar, vor der Kamera denkt man, guck mal, der kann gut reden, der entertaint, dies, das muss ihm noch Spaß machen. Das macht mir auch auf gewisse Art und Weise Spaß und irgendwie auch nicht. Das ist so, keine Ahnung. Das waren so viele gefickte Jahre. Das war so ein Geficke die letzten sieben Jahre. Das war echt so ein Geficke, Leute. Das war so Kopfschmerzen. Das jetzt ist das schön, aber dann kommt wieder ein Beef, dann kommt wieder das und dann kommt wieder hier und dann kommt wieder der und dann kommt wieder... Boah, ich will auch einfach nur 6 Plus leiten. Ich will so in Ruhe. Ich will auch vielleicht noch jemanden einstellen, der ein paar Aufgaben abnimmt. Das vielleicht so nach sieben Jahren Krieg und ein paar Lava und 24 Stunden arbeiten und sieben Tage die Woche. und so einfach so Zeit habe, irgendwie mich um meine Familie zu kümmern. Die Jahre, die ich bei 6 Plus in Arbeit von mir habe, ein bisschen nachzuholen. Einfach mal am Wochenende so, ja, so vielleicht so einen Büroalltag haben. Vielleicht abends mal Handy ausmachen. Nicht mit Handy einschlafen, Handy aufwachen. Das auch, aber das ist eine Öffentlichkeit. Aber der Erztritt hat diese Öffentlichkeit und Matthias Clemens in der Öffentlichkeit, klar, ist ein bisschen sanfter geworden. Hast du vor, allein ist er zu... Nein, JQH. Ich werde jeden Tag rausgehen und jeden Tag mit Freunden chillen. Ich möchte nur nicht mehr erkannt werden. Ich möchte nicht mehr, dass jemand sagt, das ist doch Matthias Clemens aus der Story. Wieso hast du dich öffentlich gemacht? Ich schwöre, das war nicht mein, das war Kollegas Idee. Kollegas und ein Mensch, dessen Namen ich nicht nennen möchte, weil ich mit dem nichts mehr zu tun habe, haben zu mir gesagt, du musst vor die Kamera. Du musst das Gesicht von 6 Plus werden. Diese Aufklärung muss vor die Kamera. Das war eine Idee von... Dazu hat mich jemand gebracht, mit dem ich einfach nichts zu tun habe, mit dem ich den Namen nicht nennen möchte. Ich habe keine Aufmerksamkeit gegeben. Und Kollegas. Die beiden haben eigentlich zu mir gesagt, ich wollte nicht vor die Kamera, ich wollte im Hintergrund bleiben. Und die haben zu mir gesagt, du musst vor die Kamera. Und dann habe ich das Erbe als Aufklärer angetreten. Und ja, dann kamen Kriege und Palaver und Fickereien und mein Privatleben kam so in Bedrängnis. Und versteht ihr das? Matthias Clemens lebt ja von Beef und lebt ja von Aufklärung. Und Aufklärung heißt Beef, das sind ja trotzdem Kriege, auch wenn ich sachlicher geworden bin und so. Und das ist schon Kopfschmerzen, das ist ekelhaft teilweise und das schränkt mein Leben ein. Und ich bin auch ein behinderter Mensch. Willst du wirklich in den Wald ziehen? Ja, ist schon gemietet. Ich ziehe bald schon in den Wald. Ich ziehe schon. Ich habe ja mein Abdanken für dieses Jahr geplant. Deswegen ziehe ich jetzt schon dieses Jahr in den Wald. Aber da werde ich niemals, also klar, die Leute können rausfinden, wo ich wohne. Aber ich werde das nicht zeigen oder so. Das wird es für mich behalten. Aber ich werde schon in den Wald ziehen, ja. Ja, natürlich wird das ein emotionaler Abschied, weil alle jetzt schreiben, bleib doch, bleib doch, bleib doch, du hast uns sieben Jahre begleitet. Gönnt mir doch einfach, dass ich, ähm, hä? Ich meinte nicht Farid negativ damit. Die andere Person war nicht Farid. Farid hat das auch gefeiert. Aber diese andere Person war weder Farid, aber auch nicht Phil Bane. Das war jemand ganz anderes, den kennt man kaum. Ähm, äh, 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 der, äh, derjenige, der mir sonst zu 6plus geraten hat, der nicht Kollegah war, war gar nicht bei 6plus unter Vertrag. Das war einfach ein Freund, so, ne? Den man, der auch zwar mit mir online gesehen hat, aber das war ein Freund. Das war keiner, der bei 6plus war. Und das war definitiv nicht Farid. Also, äh, Farid fand auch geil diese Aufklärung. Hat auch gefeiert, glaube ich, die Person, Matthias Klems, hat auch immer gefeiert. Aber die Idee war halt damals von Kollegah und noch mit anderem, nicht von Farid. Aber ich meinte eben nicht mit der Person, die ich nicht erwähnen wollte. Farid, mit Farid ist auch alles gut. Also, ich verstehe das auch nicht. Aber 6plus wird nicht verkauft. Äh, nein, 6plus wird nicht verkauft. Hast du einen besten Freund? Ja, Moritz. Moritz, mein bester Freund. Ich hatte schon viele beste Freunde in meinem Leben, habe ich gedacht. Aber leider, äh, ja. Ich habe doch, klar. Haji ja zum Beispiel auch. Aber Moritz ist so, wo ich sage, okay, dem Jungen bin ich, der gibt mir den Tod. Denkst du, deine Öffentlichkeit 6plus Vorteile verschaffen hat? Die Leute denken sogar, dass, wenn ich gehe, die 6plus extrem abkackt. Das denken meine Mitarbeiter, das denkt die Fabrik, das denken alle, die so mit 6plus zu tun haben und 6plus lieben. Die meinen das auch nicht böse. Aber ich für mich, ist halt so, ich habe meinen Akku verzockt, ne. Ich habe meinen Akku verzockt. Und, ähm, ich gehe davon aus, dass, äh, dass, äh, viele Freundschaften zerbrochen sind, weil ich auch öffentlich war. Ich denke, dass viele leiden, die ich habe durchmacht. Guck mal, ich bin ein bisschen auch ein anderer Mensch, ne. Letztens habe ich schon ein Video gesehen von Trottikus, das werde ich irgendwie auch noch gucken, ne. Der ist auch bestimmt hier dabei. Der hat das sehr schön gesagt. Ich hätte das eigentlich, ich muss ihm noch antworten, fällt mir gerade ein. Scheiße. Ich muss ihm Trottikus antworten. Der hat mir nämlich geschrieben, wie ich das Video fand. Und dann habe ich ihm geschrieben, dann habe er nochmal geschrieben, dann habe ich geschrieben, muss ich nochmal schreiben. Egal. Fällt mir gerade ein. Ähm, auf jeden Fall, äh, 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 der hat es schön erklärt. Der hat erklärt, das hat er richtig erklärt. Ich erwarte immer sehr viel von Personen, weil ich immer sehr viel gebe selber, ne. Also bei mir gibt es immer nur 0 oder 100. Ich kann nicht mit einem Videos drehen, den ich möge. Entweder ich liebe den, oder ich hasse ihn, dann drehe ich keine Videos. 0 oder 100. Ich kann nicht die Mitte finden. Ich kann nicht kooperieren mit Menschen, die ich nicht mag. Das können halt sehr viele da draußen. Ich kann das nicht. Und ich bin halt so, ich lerne jemanden kennen, zum Beispiel durch Videos. Dann drehe ich mit dem Video. Und dann denke ich, okay, der ist mein Freund, ne. Und dann gebe ich 100% Loyalität. Dann verlangen die aber auch zurück. Und dann hat dieser Dings in der Video gesagt, der Trolli, hat gesagt, und die anderen Leute verlangen aber gar nicht von mir so viel Loyalität und sehen mich nur als Gesellschaftskumpel und als Kooperationspartner für ihr Video und sehen mich nur so bei 60%, während ich die Freundschaft bei 100% sehe. und dann passiert eine Kleinigkeit, denen ist es einfach egal, weil die legen mich auf diese 100% Loyalität wert und verletzen mich dann in irgendeiner Sache, wo ich dann übertrieben reagiere und die dann wiederum abgefuckt sind und dann streit sich und steht, weil die ja gar nicht diesen extremen, ja, die haben halt nicht diesen Spirit wie ich. Die sind halt nicht so wie ich, dass ein Video wirklich nur mit echter Freundschaft geht oder eine Kooperation oder hast du nicht gesehen. Und das ist der Grund, ich habe es komisch erklärt, das ist doof, sich selber so zu analysieren und das hört sich irgendwie komisch an, als wenn ich hier der King wäre und ich will mich nicht so als der Loyalste und beste Menschen stellen, aber wenn das ein Dritter erklärt, ist das schöner, aber es ist gut erklärt. Ich gebe den Menschen sehr viel und verlange aber auch sehr viel, aber die Menschen sind nicht bereit, so viel zu geben und das bringt mir halt sehr viel statt rein und Probleme und meiner Meinung nach, der Trimmer in der Nachfrage ist geil, meiner Meinung nach hat das mit der Öffentlichkeit viel zu tun und es gab halt viel Fickereien in der Öffentlichkeit schon und Kopfschmerzen und ich will einfach so zurücktreten. Ich will einfach, ich rechtfertige mich hier voll. Ich habe mich rasiert, ich habe mich so da reingedrängt, ich will halt nicht mehr so. Ich mache das gerne irgendwie, aber wie gesagt, ich bin ja kein Streamer, so wie Mois oder, Mois sag ich schon, wie Monte oder wie jetzt Mois, der so sein Format macht und da richtig Spaß dran hat, so, Mois ist ja kein Streamer, Mois ist ja YouTuber, aber, oder Unge zum Beispiel, holen wir Unge, beste Beispiel, Unge. Unge chillt einfach sein Leben und macht geile Reactions, ohne Streit, ohne dies und wohnt in Madeira. Das heißt, so kann man lebenslang in der Öffentlichkeit bleiben. Er musste nach Madeira, weil er einfach unfassbar bekannt ist, bei mir ist aber, ich habe niemals so viele Klicks und Likes, aber irgendwie kennt mich dann doch jeder, weil ich halt polarisiere und irgendwie bin ich halt immer mit negativen Sachen irgendwie auch in Verbindung. Ob das jetzt, selbst wenn ich jetzt diese Amazon-Doku drehe, wo ich aufkläre, dass 50 Firmen bei Amazon Bewertungen kaufen, ist das sowas Gutes, aber mit 50 Firmen fange ich Streit an. Und das gibt immer DOS-Attacken auf den Shop, wie wir heute live gesehen haben, Palawa, Hacking, Anzeigen, dies, das, Palawa, tralala, und da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Nein, 6 Plus bleibt nur ich als Person der Öffentlichkeit. Ein spell justin. Okay. Oke. Es geht jetzt an Bäst. . Malале. Dah